Musik Ja, grüß euch liebe Quetschenfreunde! Heute möchte ich über dem reden, über das Sie wahrscheinlich schon sehr viele Gedanken gemacht haben und vor allem die, die ein Instrument lernen wollen. Brauche ich Talent dazu oder brauche ich keinem dazu? Und über das soll es heute gehen. Ich sage es dir ganz ehrlich, man braucht kein Talent dazu. Für mich sind viel wichtiger die drei verschiedenen Faktoren. Der Faktor Nummer eins wäre Durchhaltevermögen. Wenn du bedenkst, ein Instrument lernt man nicht über Nacht, sondern das braucht ein paar, einige Monate. Weil schließlich einen Beruf lernst du ja auch nicht innerhalb kürzester Zeit. Also ich sage mal, ein Instrument vernünftig zum Lernen braucht schon seine Zeit. Dann der Faktor Nummer zwei, das ist Entschlossenheit. Du musst wirklich entschlossen sein, ein Instrument zu lernen, dass du das wirklich durchziehst. Also es bringt nichts, wenn du im Zwiespalt bist, lerne jetzt was oder lerne nichts. Bitte damit im Klaren, ob du jetzt wirklich das Instrument lernen willst oder auch nicht, weil du musst ja mit einer gewissen Dauer an Lehrzeit, musst du ja damit rechnen. So nun kommen wir zum Faktor Nummer drei. Das ist der innere Haltung. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das Instrument vernünftig lernen, musst du einfach mit ein bis drei Uhr rechnen, dass du sagst, ich kann das Instrument wirklich vernünftig spielen. Es kommt ja immer darauf an, ob du viel übst, wie oft, dass du übst und wie effektiv, dass du übst. Ich sage mal, das seien wieder zwei Barschuhe, wie oft und wie effektiv. Aber dazu komme ich in einem anderen Video noch zu Wort. So mit den drei Faktoren kannst du jetzt mal dein eigenes Bild machen. Ob du jetzt das Instrument lernst oder nicht, das bleibt dir überlassen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du sagst, du lernst das schöne Instrument und wünsch dir vor allem viel Erfolg und ciao Baba.